Wie gefällt dir der bisherige Abend? Die Atmosphäre, kannst du sie genießen? Ja, also ich finde das Konzept an sich sehr sehr interessant, muss ich ganz ehrlich gestehen. Ich war bei so einem B2B-Event eigentlich noch nie vertreten, habe jetzt auch eine Einladung bekommen, die habe ich dann mal wahrgenommen von einem befreundeten Pärchen, bin mit meiner Freundin auch heute hier und es ist auf jeden Fall eine schöne Möglichkeit, ins Gespräch zu kommen, über Business zu quatschen und vielleicht auch den einen oder anderen Kontakt zu schließen. Wie gefällt dir denn das Konzept mit den Tischen, mit dem Tischwechseln? Ich denke, das ist eine richtig gute Idee, um natürlich auch mehrere Gesprächspartner zu erlangen. Oft ist es ja so, man kommt vielleicht auch in einem kleinen Grüppchen, dann setzt man sich zusammen an den Tisch und dann bleibt man untereinander und das macht natürlich wenig Sinn, wenn man sagt, okay, man möchte neue Leute kennenlernen. Von daher denke ich, dass es ein Muss ist sogar. Also ich kann auf jeden Fall das Event weiterempfehlen für Leute, die sagen, ich möchte gerne einen frischen Wind, neue Kontakte kennenlernen und man kann natürlich Glück oder Pech haben, je nachdem, mit wem man am Tisch sitzt. Wenn da jemand ist, der von sich selbst so überzeugt ist, dass man selber gar nicht mehr zu Wort kommt und so gar kein Dialog entsteht, was ich heute auch schon hatte, dann ist das natürlich nicht ganz so spannend, aber es gibt natürlich auch tolle Leute, die einen ausreden lassen bzw. wo man sich wirklich connecten kann.